abschnitt sieben von das alte haus von friedrich gerstecker diese librivox aufnahme ist in der public domain kapitel sechs theil eins so vergingen wieder mehrere wochen und der prozess der quetzlinbergischen erbschaft näherte sich seinem entscheidenden termine advokat hechner der bruder des regierungsrates war dabei der bevollmächtigte des jungen herrn schierling des angeblichen erben und nachkommen jenes bestrittenen adoptivsohnes des alten herrn quetzlinberger und dieser hatte seinen anwalt ersucht ihm für die dauer seines aufenthaltes in hellburg ein privatlogis womöglich in der nähe des bestrittenen hauses auszumachen da er das leben im wirtshaus nicht liebe und so viel wie möglich vermeide advokat hechner hatte hierauf seinen bruder der mit dem mutmaßlichen erben des alten hauses überhaupt in freundliche beziehungen zu kommen wünschte dazu vermocht den jungen gast auf einige zeit bei sich einzuquartieren und ihm den aufenthalt indes schon des bruders wegen so angenehm als möglich zu machen der regierungsrat erklärte sich auch dazu in aller unschuld und in dem schlichten glauben bereit daß es bei ihm weiter keine großen umstände machen und sogar eine freundliche abwechslung in sein stilles hauswesen bringen würde außerdem wurde er dann gleich selbst mit dem jungen schierling der überdies weiter reisen gemacht haben sollte näher bekannt und wer wußte ob er dann das nachbarhaus was ja schon seit so langen jahren sein wunsch gewesen nicht doch noch unter billigen bedingungen an sich bringen konnte außer seinen bewohnten stuben hatte er in seiner etage zwei allerliebste und jetzt unbenutzte fremden stübchen und dem augenblicklichen einzug des willkommenen gastes stand also gar nichts im wege darin hatte er sich aber doch geirrt die frau regierungsrätin als ordnungsliebende hausfrau war nämlich keineswegs gewillt den vornehmen und ehrenvollen besuch so ohne weiteres in ihr verwohntes und durch den winter unscheinbar gewordenes haus einziehen zu lassen ohne wenigstens vorher alles zu tun was in ihren kräften stand die wohnung wieder menschlich und anständig herzurichten darunter verstand sie vor allen dingen ein gründliches scheuern und reinmachen des ganzen hauses von der flur unten an bis unter das dach hinauf mit den dazugehörigen frischen gardinen und überbezügen neues bewerfen und malen der küche und treppe wie der hausflur natürlich eingerechnet ja sie gab sogar nicht undeutlich zu verstehen daß das fremden stübchen selber einer neuen tapete so notwendig wie nur irgend etwas bedürfe wie denn ein teppich zu solch kalter unfreundlicher winterzeit jedenfalls hineingelegt werden müsse der regierungsrat erschrak als er die folgen überblickte die sein leichtsinniges versprechen über ihn heraufbeschworen und suchte jetzt wenigstens bei der kalten nebligen witterung das scheuern und reinmachen eben nur auf die beiden betreffenden zimmer zu beschränken in welche ihr junger gast einquartiert werden sollte frauen lassen sich aber bei irgend genügend der entschuldigung selten die gelegenheit entgehen eine stille friedliche familienwohnung zeitweilig unter wasser zu setzen und die frau regierungsrätin machte denn auch keine ausnahme von dieser regel so fest und hartnäckig bestand sie darauf ihr logis endlich einmal in ordnung zu bringen eine drohung die sechs volle tage zur ausführung brauchte daß ihr gatte zuletzt jede weitere einsprache in verzweiflung aufgab ja er räumte seiner frau sogar vollkommen das feld um diesem entsetzlichen zustande selber zu entgehen und setzte sich auf die post einige geschäfte die ihn nach der residenz riefen in dieser zeit abzumachen selbst sein studierzimmer mußte er auf gnade und ungnade übergeben und trotz der verschlossenen bücherschränke wußte er recht gut daß indessen des schlossers grummbärtige dietriche rücksichtslos angewandt werden würden sie zu öffnen jedes im haus befindliche brett wo es sich auch befand mußte gescheuert werden selbst das versiegeln half hier gegen nichts daß er sogar in früheren glücklichen jahren der täuschung einmal versucht die frau regierungsrätin hatte allerdings in einer instinktartigen halb unbewussten scheu das siegel nicht zu verletzen gewagt aber die rücken aus den schränken herausnehmen lassen und die bücher nachher auf die feuchten abgescheuerten bretter sämtlich verkehrt wieder hinaufgestellt wie nun der regierungsrat er war damals noch assessor zurückkehrte und mit selbstzufriedenem blicke das siegel löste bekam er bald den tod vor schrecken als ihm aus seinen schränken heraus in buntem entsetzlichem gemisch die gelben grünen blauen roten und marmorierten schnitte der bände ordentlich unheimlich entgegenstarrten nach solcher erfahrung gab er natürlich jeden verteidigungsversuch vollständig auf es lässt sich denken wie gemütlich es in dem sonst so stillen hause des regierungsrates die woche her ging kein stuhl stand mehr auf seinem alten platz kein tisch kein schrank die fenster waren ausgehoben die türen geöffnet eine unbestimmte anzahl von alten frauen mit einem fatalen seifen geruch zogen ein und aus das ganze gebäude dampfte von heißem wasser und selbst marie die sonst mit allerlei arbeiten gern von der etwas ängstlichen mutter verschont wurde hatte sobald treppen und stuben nur aus dem gröbsten gewaschen waren alle hände voll zu tun bekommen neue gardinen mussten aufgesteckt die überzüge von federkissen und sofapolstern gewechselt werden und hier und da fand das kritische auge der hausfrau doch noch einzelne stellen die von den nachlässigen dienstboten beim reinigen übersehen oder absichtlich flüchtig übergangen waren die leute konnten nun einmal nichts ordentlich machen wenn man ihnen nicht fortwährend und ununterbrochen auf den dienst passte der feuchte dunstige geruch der auf dem hause die letzten tage wie ein ungesunder trüber nebel gelegen hatte sich übrigens durch häufige wachholderbeer räucherungen ziemlich verloren oder war wenigstens lange nicht mehr so auffällig als der jetzt von seiner reise zurückgekehrte regierungsrat hartnäckig behaupten wollte auch die zimmer des erwarteten gastes des jungen herrn schierling standen blank und sauber wie aus der schachtel genommen und waren schon seit zwei tagen tüchtig geheizt worden wer konnte wissen wie verwöhnt der junge herr bei ihnen eintraf und die wohnung sollte er denn doch wenigstens durchwährend finden gegen das bett das wie ein wahrer von schneeweißem linnen überzogener federberg sein erwartete ließ sich außerdem nichts einwenden marie hatte sich die letzte woche besonders wohl und kräftig gefühlt die erzählung des wunderlichen schwiebus war ihr allerdings in den nächsten tagen nicht von der seele gewichen und die bilder die er vor ihrem lebendigen geiste herauf beschworen die gedanken die seine tolle fantasie wieder in dem herzen des unedies reizbaren mädchens erweckt hatte füllte sie sie mochte sich dagegen sträuben so viel sie wollte wieder auf eine kurze zeit mit all den früheren wie sie glaubte schon längst besiegten und vergessenen schauern das rege leben aber jetzt im hause die viele auf sie einstürmende arbeit ließen ihr keine zeit weiter darüber nachzugrübeln und wenn sie jetzt an jenen abend zurück dachte schüttelte sie nur noch manchmal still vor sich hin lächelnd den kopf daß es menschen gab die in ihrem gehirn solch tolle wunderliche sachen ausbrüten und wie ernsthaft hatte der famulus das alles erzählt gerade als ob er es selber glaube und sie wie ein kleines kind hatte sich davor gefürchtet so standen die sachen als am 28 februar morgens um zehn uhr plötzlich ein fröhliches hell klingendes posthorn sein jubelndes so leben wir so leben wir so leben wir alle tage durch die noch verhältnismäßig stillen straßen der stadt schmetterte der arme postillon blies das vielleicht in schmerzlicher ironie auf sein monotones leben vom bock nieder aber die bewohner von hellburg die rasch an die fenster fuhren nahmen es für bare münze und sahen durch die gefrorenen scheiben wie eine leichte extra postschäse von ein paar flüchtigen rappen gezogen über das etwas holprige pflaster die straße niederrasselte an der wohnung des regierungsrates donnerten sie übrigens vorüber und hielten jetzt unter dem zusammenlaufen einiger straßenjungen wie mehrere alter frauen und junger mädchen dicht vor der tür des alten hauses von dessen stillen und öden fenstern die schmetternden rufenden töne des horns gar wild und unheimlich zurückklangen ein junger mann der einen kleinen lederkoffer in der hand trug sprang zu gleicher zeit mit einem satz aus dem wagen und an die tür deren klopfer er ergriff und ihn fest und mit allen kräften dreimal auf die eingerostete metallplatte niederschlagen ließ hei wie das schallte und dröhnte in den alten verlassenen räumen der fremde aber bog sich zur tür nieder an die er das ohr preßte und schien seltsam erstaunt als er den wunderlichen unheimlichen tönen da drinnen lauschte vor der haustür des regierungsrates hechner war es indessen aber auch lebendig geworden die beiden dienstmädchen die hinuntergesprungen waren das gepäck des erwarteten fremden in empfang zu nehmen standen mit etwas erstaunten gesichtern auf der schwelle und winkten dem ihnen freundlich zunickenden postillon umzukehren und bei ihnen vorzufahren der regierungsrat selber aber in schlafrock und pantoffeln wie er aus seiner parterre liegenden studierstube aufgesprungen drängte sich jetzt zwischen ihnen durch und rief lachend dem jungen fremden zu hieher junger freund hieher wenn ich bitten darf sie sind in der türe irre und dürfen dort lange pochen und klingeln ehe jemand aus dem hause sie hören würde lachten zur gleichen zeit ein paar teilnehmer des straßenjungen der hat am alten hause gepocht dem wird's die nacht gut gehen der junge fremde der sich rasch nach dem ruf umschaute warf nur noch einen blick zu den dicht verhängten öden fenstern hinauf und eilte dann während der postillon ebenfalls umlenkte mit raschen schritten auf den regierungsrat zu der ihm beide hände entgegen streckte und ihn auf das herzlichste begrüßte hieher mein junger freund wiederholte er dabei hier ist das rechte quartier nummer 96 wie sie hier über der tür als bestätigung lesen können nun aber kommen sie rasch hinauf wo sie eine tasse heißen kaffee und die frauen finden hier unten ist überdies eine abominable kälte mein bester herr regierungsrat bitte um gottes willen keine komplimente jetzt da rieke nimm dem herrn einmal den kleinen koffer ab und das andere gepäck stell nur indes hier unten zu mir in die stube der hausmann mag es nachher mit hinauftragen helfen lieber himmel mein bester herr schierling sie müssen ja halb erfroren sein wo sind denn ihre anderen sachen ich habe nichts weiter bei mir bester herr regierungsrat lachte der junge mann hier liebes kind der koffer enthält alles weiter keine koffer keinen reisesack rief der regierungsrat erstaunt denn er hatte für seine drei tage abwesenheit nach der residenz siebenunddreißig pfund überfracht gehabt sie wollen doch nicht heute schon wieder fort sie werden mich noch satt bekommen lächelte der junge mann auf den monat märz richten sie sich nur ein nun denn ihre hutschachtel wenigstens stock regenschirm pelz nichts dergleichen lautete die antwort und die mädchen fingen indessen selbst an miteinander zu kichern der kleine koffer hier ist alles was ich bei mir führe und wenn ich dem schwager da erst ein trinkgeld gegeben denn er hat mich gefahren als ob wir geflogen wären stehe ich ganz zu ihren diensten das war rasch geschehen und der postillon mußte auch mit dem geschenk sehr zufrieden sein denn er blies sein schönstes lied als er mit dem leeren wagen nach dem postgebäude hinüber rasselte der junge herr schierling wartete aber indessen auf keine weitere einladung und flog immer drei stufen auf einmal nehmend in raschen sprüngen die treppe hinauf daß ihm der etwas schwerfällige regierungsrat kaum zu folgen vermochte eile mit weile mein junger freund rief er diesem nach wenn sie erst in meine jahre gekommen werden sie wohl auch jede stufe einzeln nehmen wie es der baumeister bei der ersten anlage beabsichtigte nun sehen sie lieber himmel ich bin ganz außer atem jetzt müssen sie doch warten bis ich nachkomme aber sie sind wohl ordentlich durchgefroren und werden sich nach der warmen stube sehnen der junge fremde hatte auf dem treppenabsatz auf dem sich die zugemauerte tür befand auf den regierungsrat gewartet und rief jetzt lachend ich nein ich bin kälte gewohnt und befinde mich nie wohler als im winter in den heißen sommermonaten sehne ich mich fast nach dem hohen norden hinauf na da danke ich sagte der regierungsrat da reisen sie ja mit den schneegänsen aber jetzt sind wir gleich oben so mein lieber herr treten sie hier ein wenn ich bitten darf und seien sie uns herzlich willkommen in unserem hause seinen gast dabei an der hand ergreifend führte er ihn in das wohnzimmer wo ihn die frau regierungsrätin ebenso herzlich und gastfrei empfing aber wo ist marie fragte der regierungsrat sich nach der tochter umsehend sie war doch noch den augenblick im zimmer marie muß das frühstück besorgen entschuldigte sie die mutter der herr schierling ist uns doch etwas schneller gefahren als wir eigentlich geglaubt die wege sind aber freilich jetzt gut und hart gefroren da laufen die pferde rasch darüber hin und die wagen rollen von selber hinter dreien und die masse gepäck die der herr schierling mitgebracht hat lachte der regierungsrat der noch immer nicht über den kleinen koffer bekommen konnte mich wundert's nur wie die zwei rappen imstande waren es zu schleppen es ist erstaunlich das sehe ich nicht ein rief seine frau die ihrem gast da glaubte beistehen zu müssen und die ironie für bare münze nahm wenn du reisest nimmst du auch viele sachen mit wenn der mensch seine bequemlichkeit haben will und die will der mensch haben so versteht es sich von selbst aber er hat gar nichts mit lachte der regierungsrat laut heraus nicht viel mehr wenigstens als ich in meinen hut packen könnte ohne mantel nur mit dem leichten dünnen überzieher da saß er im wagen es ist erstaunlich sagte die frau regierungsrätin die hände zusammenschlagend da müssen sie ja halb erfroren sein lieber gott ihre hand war auch so kalt wie eis aber da kommt marie und nun wird auch das frühstück nicht mehr lange auf sich warten lassen meine tochter marie mein bester herr schierling mein fräulein sagte der junge mann mit einer verbindlichen verbeugung es freut mich herzlich sie begrüßen zu können ich muß nur von vornherein bedauern ihnen wie es mir scheint so viel unruhe in ihrer häuslichkeit verursacht zu haben marie wurde blutrot und stammelte einige verlegene worte während ihr blick wie festgebannt auf den zügen des jungen fremden haftete aber ich bitte sie mein lieber herr schierling fiel ihm hier die regierungsrätin ins wort wie können sie nur glauben daß sie uns unruhe gemacht als wenn sie mit zur familie gehörten haben wir es angenommen und die zimmer die sie bewohnen haben schon das ganze ja fix und fertig gestanden nicht wahr hechner nicht die mindeste unruhe bester herr schierling sagte so gewissermaßen gewaltsam zum zeugen aufgerufen der regierungsrat aber doch nicht ohne einen leisen kaum unterdrückten seufzer denn er mußte unwillkürlich an die gezwungene reise in die residenz denken nicht die mindeste unruhe das geht hier alles so im alten gleise fort und unser einziger wunsch ist nur daß sie sich hier bei uns auch gerade wie zu hause fühlen und nicht die geringsten umstände machen aber jetzt zum frühstück da drinnen sehe ich ist schon alles aufgetragen und da wollen wir ihnen nicht noch länger die nötige erholung vorenthalten der junge herr schierling bot sehr artig der frau regierungsrätin den arm und führte sie während ihr mann selber in seine stube schlüpfte um den schlafrock mit einem anständigen kleidungsstücke zu vertauschen zum frühstückstisch marie aber wankte wie in einem traume zur tür hinaus und in ihr eigenes zimmer welches sie hinter sich abschloss und wo sie auf ihr eigenes kleines sofa sank um erst wieder zur besinnung zu kommen und sich zu fassen der fremde wie die beiden eltern durften um keinen preis erfahren wie sie erschrocken war und was in ihr vorging träumte sie denn oder wachte sie der kopf wirbelte ihr plötzlich und sie wußte nicht was sie davon denken was sie sagen sollte das war ja gundel rebe dieser junge herr schierling gundel rebe so wahr und leibhaftig wie sie ihn je gesehen je mit ihm gesprochen nur um so viele jahre älter denn natürlich mußte er in der zeit aufgeschossen und männlicher geworden sein und kannte er sie denn nicht wieder er hatte eine so höfliche so kalte verbeugung gegen sie gemacht sie bag die stirn in den händen und mußte sich wirklich erst einige minuten sammeln ihre gedanken auf den einen punkt zu bringen und dort zu halten gundel rebe dieselben dunklen augen und brauen dasselbe lange schwarze haar die weiße hautfarbe und selbst wenn die erste überraschung sie nicht getäuscht sogar die schmale blaue narbe an dem linken schlaf aber wo kam er her was wollte er hiermit unter den erben des alten hauses und war vielleicht der alte herr quetzlinberger wie mit fieberfrost überlief es sie jetzt bei den gedanken an jener nacht deren traumbilder wirklich anfingen ins leben zu treten und gewaltsam mußte sie die gedanken in ihr herz zurückbannen daß sie nicht wieder mit erneuter starke um sich griffen marie marie rief es in dem augenblick über den gang herüber es war der mutterstimme und sie durfte sich nicht länger dem gaste der vielleicht mit dem frühstück auf sie wartete entziehen nur die haare strich sie sich glatt und suchte vor dem spiegel so rasch als möglich jede spur der gehabten aufregung zu vertilgen mit diesem ersten sieg über sich selbst kehrte aber auch ruhigere besinnung zurück und sie schalt sich jetzt selbst ein törichtes kind dem ersten eindruck solche macht über sich gegeben zu haben konnte das nicht überhaupt bloß eine flüchtige ähnlichkeit mit ihrer traumgestalt sein oder hatte sie nicht etwa diesen jungen mann als knaben früher irgendwo einmal gesehen und war ihr ihr dann nicht danach unter dem fremden namen in der wunderlichen umgebung im traume erschienen ende von abschnitt sieben fort mit den tollen gedanken die der alte hässliche schwiebus nur erst recht wieder aufgerührt und erregt hat es war jetzt heller lichter sonnenschein und dabei getraute sie sich schon jedem etwaigen spuk getrost ins auge zu schauen nur die erste überraschung hatte sie bewältigt mit den gesammelten gedanken war sie aber auch wieder vollkommen ruhig und besonnen geworden und nahm sich jetzt vor ganz mit kaltem blute die beiden gestalten jenes trugbild aus früheren zeiten und den jetzigen lebendigen herrn schierling sorgfältig miteinander zu vergleichen wo sich dann ihre überspannte idee bald in nichts auflösen mußte nachher war sie aber auch fest entschlossen ihrem jungen gaste den traum selber zu erzählen und mit ihm herzlich über die ähnlichkeit zu lachen marie marie ja doch was die mutter für eile hatte und mit flüchtigen schritten eilte sie vorn ins frühstückszimmer um die ihrigen nicht länger auf sich warten zu lassen und noch ungeduldiger zu machen und es war doch gundelrebe mit gewalt mußte sie ihr auge fortzwingen von der gestalt die wie aus dem rahmen ihrer erinnerung herausgetreten schien vor ihr sie mochte sagen was sie wollte stand gundelrebe nur größer und älter war er geworden aber dieselben dunklen augen glühten ihr entgegen wie in jener zeit die langen dunklen haare beschatteten noch immer die weiße stirn und an dem feinen fast durchsichtigen schlaf heilige mutter gottes die knie zitterten ihr in jähem schrecken und sie fühlte wie bleich sie wurde lief auch die feine blaue narbe quer von der stirn nieder dem ohr zu aber mariechen wo hast du denn nur die gedanken rief ihr die mutter in diesem augenblick zu hier der herr schierling hat schon seinen kaffee in der tasse wieder kalt werden lassen aus purer höflichkeit für dich er wollte absolut nicht eher trinken bis wir alle beisammen wären sie dürfen uns nicht immer davonlaufen mein fräulein sagte der junge fremde jetzt mit einem bittenden blick auf das mädchen es schmeckt mir sonst nicht halb so gut nicht immer davonlaufen die worte klangen ihr wie ein leiser vorwurf aus früherer zeit entgegen und sie wußte kaum was sie tat als sie sich neben den rätselhaften fremden niedersetzte dieser aber langte jetzt tüchtig und ganz unbefangen zu und erzählte so lebendig allerdings aber auch so gleichgültig über irgendeine vergangenheit von seiner reise auf der post und seinem letzten aufenthalt in berlin das auch marie zuletzt als sie sich nicht mehr beobachtet wußte zuversichtlicher wurde an dem gespräch freilich vermochte sie noch immer keinen teilzunehmen aber sie konnte sich doch wenigstens sammeln und fing an ruhiger um sich zu schauen über tisch warf sie nun auch manchmal sobald das unbemerkt geschehen konnte den blick nach ihrem nachbarn hinüber es war doch am ende nicht gundelrebe der mund schien ihr bei dem fremden kleiner und anders geschnitten die nase selbst hatte der im traume gesehene knabe nicht so gerade und regelmäßig gehabt und in dem auge lag jedenfalls etwas fremdes das sie nicht kannte und fest überzeugt war in gundelrebes auge nicht gefunden zu haben dessen blick hatte damals frei offen ja herzlich auf ihr gehaftet während der junge schierling etwas keckes und verstecktes darin nun und nimmer verleugnen konnte nur die narbe der schmale blaue kaum bemerkbare streifen über die stirn das ließ sich nicht wegleugnen und welch ein wunderbares zusammentreffen hätte das sein müssen das einem fremden menschen mit der ähnlichkeit die narbe gab und ihn zugleich als mit erben des alten hauses auftreten ließ es war doch wahrhaftig gundelrebe und wieder tanzten vor ihrem inneren auge die geisterhaften wunderlichen gestalten jener nacht das frühstück ging so rasch vorüber sie wußte selber kaum wie gleich danach wurde der junge fremde aber schon durch ihren oheim abgeholt und durch die erbschaftsvergleichung vollkommen in anspruch genommen um elf uhr schickte er sogar der frau regierungsrätin einen boten ja nicht mit dem essen auf ihn zu warten da er heute durch dringende geschäfte abgehalten unmöglich zu tisch kommen könne so unglücklich nun aber auch die frau regierungsrätin über diesen strich durch ihre rechnung war der sie mit einem sorgfältig hergerichteten diner bis auf den abend hinausschob so zufrieden schien marie damit vollständige zeit bekam sie ja dadurch sich von ihrer ersten überraschung zu erholen und mit der dadurch gewonnenen ruhe konnte sie nicht umhin das törichte einer so wild und bunt aufgebauten idee das verfolgen eines bloßen inhaltlosen traumes einzusehen den besten einfluss übte auch der stille lichte tag auf sie der nähe des unheimlichen fremden enthoben mit dem hellen klaren sonnenlicht das in ihr zimmer strömte begann sie ruhig und kaltblütig zu überlegen und konnte zuletzt sogar lachen über ihre tolle fantasie die ihr da fast wieder einmal einen recht häßlichen und wunderlichen streich gespielt waren nicht schon lange jahre seit jenem traume verflossen und konnte sie überhaupt in der erinnerung das traumbild jenes knaben das ihr doch auch nur in flüchtigen umrissen in raschen schlag auf schlag folgenden szenen vorüber geschwebt so genau bewahrt haben um ihn jetzt noch wieder zu erkennen war es dabei nicht möglich daß es noch viele menschen unter den millionen des erdballes gab die dem ähnlich sahen und konnte nicht gerade einer von diesen zu ihnen kommen daß das gerade wegen des alten hauses geschah ja daß er als der erbe desselben auftrat war wie sie recht gern eingestehen wollte ein zufall ein merkwürdiger zufall aber doch wahrhaftig noch immer kein beweis einer wirklichen tatsache und an die mußte sie sich doch jetzt als vernünftiges erwachsenes mädchen einzig und allein halten hin und her überlegte sie sich das mit allen gründen die ihr der sonst gesunde sinn nur bieten konnte bis der vater mit dem fremden zurückkehrte in der zeit hatte sie sich aber auch wirklich so vollständig beruhigt und von der torheit solcher ideen selbst überzeugt daß sie dem jungen manne sogar mit freundlichem gruß entgegen zu gehen vermochte nur erst als seine augen zum ersten male lang und forschend auf ihr hafteten trat ihr das blut für einen moment zum herzen zurück es war aber auch wirklich nur ein moment als sie bald darauf wieder im familienzimmer um den großen tisch saßen von dem aus die breitmächtige lampe ihr mildes licht über das zimmer warf und das feuer im ofen so traulich flammte und knisterte fand sie die ähnlichkeit gar nicht einmal mehr so auffallend je mehr sie sich dabei in den gedanken ihres wunderlichen irrtums hinein dachte desto unbefangener freier fühlte sie sich und schloß sich bald nicht minder lebhaft als die übrigen der unterhaltung an der junge schierling war übrigens eine höchst interessante persönlichkeit und wohl im stande die aufmerksamkeit der stillen zurückgezogen lebenden familie einer kleinen provinzialstadt zu fesseln jung und von angenehmem äußeren mit einem gewissen unbefangenen sicheren benehmen wie es der längere aufenthalt in einer großen stadt wohl gibt hatte er schon große reisen gemacht hatte vieles gesehen und wußte eine sehr wichtige eigenschaft für das gesellige leben angenehm und unterhaltend davon zu erzählen schon zweimal war er dabei einfach um der sonnenhitze zu entgehen wie er versicherte nach dem nordpol hinauf gefahren und schien auf dem walfischfang und beim robben schlagen oder beim walroß und eisbär schießen wie zu hause schon seine schiffsausdrücke wurden zu ebenso vielen angenehmen unlösbaren rätseln und wenn er von den himmelhohen eisbergen und schwimmenden eisfeldern erzählte auf denen die walrosse und eisbären die robben und eidergänse herumgingen wie in einer menagerie schlug die frau regierungsrätin ein über das andere mal die hände zusammen und meinte es sei doch schön auf der welt und herrlich für den der so frank und frei draußen herumziehen und sich gottes wunder nach seiner bequemlichkeit beschauen könne das ganze leben und treiben jener fernen wilden zone bot übrigens stoff genug für höchst interessante betrachtungen die langen salzwasserfahrten auf großen allein vom wind abhängigen schiffen die derben matrosen mit denen man es da fortwährend zu tun hatte das nordlicht jener breiten und der lange nicht endende tag das alles hatte einen unbeschreiblichen reiz für die landbewohner von der mitternachtssonne deren pracht er mit glühenden farben schilderte mußte er wohl allein eine volle stunde erzählen und als er auf seine eigene lebensgefahr kam wollte die familie gar nicht mehr zu bett durch die unvorsichtigkeit des kapitäns waren sie nämlich auf der letzten reise mit ihrem schiff auf ein eisfeld hinaufgejagt und dann zwischen zwei riesigen schollen dermaßen hineingeraten und festgeklemmt worden daß ihr fahrzeug wie eine hohle nuß voneinander barst und die mannschaft sich in die boote retten mußte die fortwährende gefahr in der sie dabei geschwebt bis sie das feste land wieder erreichen konnten der überfall dort von feindlichen indianern von denen sie entdeckt und gefangen genommen wurden der kecke mut der mannschaft dabei die unerschrocken dem tode wohl hundertmal ins auge sahen und alle schwierigkeiten mit fast unglaublicher ausdauer und geduld besiegten das alles schilderte der junge schierling so frisch und lebendig so treu und warm nach dem leben daß es besonders auf die sinne des jungen mädchens einen unwiderstehlichen reiz ausübte ja sie begleitete in gedanken den jungen fremden der ihr nun doch einmal trotz allem sträuben dagegen wie ein alter bekannter vorkam in all den fährlichkeiten mit klopfendem herzen und in fast atemlosem schweigen die frau regierungsrätin hatte dabei eine bohle glühwein gemacht den sie vortrefflich zu bereiten verstand und bis spät in die nacht saßen sie so erzählend oder vielmehr zuhörend denn der junge schierling führte das unbestrittene wort nur der regierungsrät war durch die heutige ungewohnte bewegung in der kalten luft die jetzige zimmerwärme und drei oder vier gläser seines lieblingstrankes müde geworden und trotz der lebendigen spannenden schilderung mitten in einer sehr heiß geführten walfischjagd sanft eingeschlafen erst als sich der junge schierling selber erhob und dadurch das zeichen zum allgemeinen aufbruch gab wurde er wieder munter richtete sich plötzlich rasch und steif empor und gab mit einigen unpassenden worten seine völlige beistimmung zu allen gemachten propositionen er war jedenfalls im geiste bei der morgenden verhandlung gewesen der junge herr schierling machte dazu eine so ernste und feierliche verbeugung daß die frau regierungsrätin in die größte verlegenheit kam und wirklich im ersten augenblick nicht wußte ob es der fremde selber so ernsthaft aufgenommen oder den aus jungem schlaf geweckten nur zum besten haben wollte ihre sorge um die bequemlichkeit des ihr anvertrauten gastes gewann aber rasch wieder die oberhand die lampe in seinem zimmer war schon angezündet ein anderes licht wurde noch dem mädchen gegeben ihm voran hinauf zu leuchten und mit der versicherung daß sein schlafzimmer ordentlich durchwärmt und auch sonst alle vorkehrungen getroffen wären ihn das eismeer mit all seinen schrecknissen in hellburg wenigstens vergessen zu machen wurden die gute nacht wünsche auf das herzlichste gewechselt wenige sekunden später betrat der junge fremde sein schon mit jeder irdischen bequemlichkeit ausgestattetes schlafgemach in dem vorrichtungen getroffen waren selbst einem winter von spitzbergen kühn die stirn bieten zu können wenn er nur warm genug liegt sagte die mutter als sie noch vor schlafen gehen die zum anderen morgen nötigen wirtschaftsgegenstände herausgegeben hatte und jetzt ebenfalls anstalten machte ihr lager zu suchen ich hätte große lust marie ihm noch ein deckbett hinüber zu schicken wenn er es auch nicht haben will er kann es ja auf die füße legen die sind nie zu warm aber liebe mutter er hat doch einen ordentlichen berg von betten und könnte ersticken wenn du noch mehr darauf häuftest überdies scheint er gar nicht so frostig zu sein und ist doch sicher auch an ein kälteres klima gewöhnt nicht frostig sagte die mutter seine hand fühlt sich immer an wie eis nun auf deine verantwortung denn also du glaubst dass er genug zudecken hat übrig genug und das zimmer ist ordentlich durchwärmt wie ein backofen mütterchen wenn er nur keine kalten füße bekommt aber beste mutter du hast ihm ja noch außerdem die große wärmflasche in eine dicke wollene decke gewickelt ins bett setzen lassen wenn er die auspackt kann er sich die ganze nacht die füße daran wärmen die frau regierungsrätin seufzte tief auf sie mußte sich allerdings für diese nacht beruhigen trotzdem war es ihr immer als ob man den fremden morgen früh halb erfroren in seinem bette finden würde und sie sich nachher die bittersten vorwürfe zu machen hätte glücklicherweise war übrigens das zimmer nur von innen zu heizen sie hätte sonst sicherlich eines der mädchen angestellt die ganze nacht draußen nachzulegen und das schlafgemach des jungen mannes in steter glut zu halten das ging nun allerdings nicht an und sie mußte dem schicksal seinen lauf lassen die familie zog sich jetzt in ihre verschiedenen schlafstätten zurück und das haus lag bald in tiefer ungestörter ruhe am nächsten morgen war der junge herr schierling schon vortag aufgestanden und hatte dem mädchen das er nach waschwasser angerufen da seines eingefroren schien gesagt er werde vor dem kaffee noch einen kurzen spaziergang machen der regierungsrat indessen der sich nicht so leicht aus seiner ruhe bringen ließ und vor allem kein freund von frühem aufstehen war hörte als er noch im bette lag ein ungewohntes hin und her laufen im hause lautes reden und eine solche menge ausrufe des staunens und mitleidens daß es ihn endlich nicht länger im bette litt er sprang auf und fuhr in seine kleider um sich selber nach dem jedenfalls geschehenen unglück zu erkundigen sonderbarerweise hatte er eine dunkle ahnung dabei daß jemand die treppe hinuntergefallen wäre und den hals gebrochen hätte und ein leises zittern flog ihm durch die glieder als er den namen seines gastes draußen auf dem gange mehrerer male deutlich unterscheiden konnte das ganze haus war übrigens in der tat in aufregung und er fand sämtliche weibliche bevölkerung seiner etage vor der weit geöffneten thür des jungen schierling vor der sie trotz der dort herausströmenden kälte in eifriger debatte verharrten was um gottes willen ist vorgefallen rief der regierungsrat wirklich erschreckt aus ist ihm etwas passiert mein gott warum spricht niemand wenn vorher niemand wenigstens nicht zu ihm gesprochen so suchten sie das jetzt alle auf einmal nachzuholen und es dauerte eine geraume zeit bis er herausbekam um was es sich hier eigentlich handle vor allen dingen mußten übrigens die fenster des offenen zimmers geschlossen werden und der regierungsrat wurde dann mit dem allerdings außergewöhnlichen bericht seiner ehehälfte überrascht dieser lautete wie folgt herr schierling hatte sein bett einen wahren himalaya von aufgetürmten daunenweichen herrlichen federn gar nicht angerührt die schneige unzerknitterte leinwand der überzüge sah ordentlich glasig in der schneidenden kälte des zimmers aus damit aber nicht zufrieden schien er vor allen dingen das fenster geöffnet und die wärmflasche aus der wollenen decke genommen zu haben in die decke ganz allein eingewickelt hatte er dann jedenfalls die nacht bei offenen fenstern und in einer temperatur zugebracht in der das wasser in krügen und flaschen fest und hart gefroren war und die letzteren auch gesprengt hatte das stubenmädchen behauptete dabei sie sei fest überzeugt der entsetzliche junge herr habe die wollene decke auch noch erst eine weile aus dem fenster gehängt ehe er sich hineingewickelt und sie möchte nur wissen ob er nicht im sommer in einem eiskeller schlafe dabei lief er in der scharfen morgenkälte wo andere menschen noch in ihren warmen betten lagen nur mit dem dünnen unwattierten überzieher bekleidet spazieren so ein mensch war ihnen doch noch nicht vorgekommen zum frühstück fand sich der junge schierling übrigens ganz frisch und munter ein nur etwas bleich sah er aus die hausfrau überhäufte ihn aber hier mit den zärtlichsten vorwürfen seines leichtsinnigen betragens wegen den tod hätte er ja können die nacht haben vor zug und kälte und in der spinnweb dünnen wollenen decke auf dem harten sofa wäre ja eine flasche wasser zu eis gefroren ihr gast lachte aber nur zu all den vorstellungen und schob seinen längeren aufenthalt am nordpol als einzige entschuldigung vor er sei dort so die kälte gewohnt worden und sein blut habe sich vielleicht dermaßen dort verdickt daß er den begriff frost kaum noch kenne und in einem warmen zimmer etwa dasselbe gefühl empfinde wie andere menschen die an einem kalten wintertage ins freie gingen nachts aber besonders sei er nicht imstande warm oder gar in federn zu liegen und er ersuche deshalb auch seine freundliche wirtin im statt der vielen sonst prächtigen betten nur eine einfache matratze mit der wollenen decke in der er die nacht vortrefflich geschlafen zu seinem lager zu gestatten übrigens sollte sie sich nicht die mindeste sorge seinethalben machen wenn er sich nicht vollkommen behaglich fände würde er es ihr frei und offen sagen ihr das auch gleich an ort und stelle zu beweisen bähte er sie noch einmal darum sein schlafzimmer abends nicht wieder heizen zu lassen die frau regierungsrätin schüttelte freilich den kopf darüber an der sache selber ließ sich aber doch weiter nichts ändern und da die männer bald darauf durch die wichtigen geschäfte dieses tages abgezogen wurden so ging die sorgsame wirtin ohne weiteres daran das bett wie verlangt herzurichten der ganze federberg ein einziges deckbett ausgenommen das er doch noch vielleicht bewogen werden konnte auf die füße zu legen wurde beseitigt und nur eine anzahl wollener decken auf einem stuhl zu fuß des bettes aufgestapelt um dort zum bedarf wenigstens bereit zu sein wollte ihr gast dann absolut einen eiszapfen aus sich machen nun gut so konnte sie es nicht ändern und hatte wenigstens ihre schuldigkeit getan Ende von abschnitt 8